Meine Damen und Herren, Sie sind jetzt am Anglisch. Die Fahrradgeräte mit Sonderfunktion entweder in den Kurs oder vollständig aus. Unter jederzeit unerwarteten, turbulenten, auftretenden Prinzipien, wird sich anzustellen, sobald Sie Ihren Kurzplatz eingenommen. Dies dient Ihrer Einfluss. Ladies and gentlemen, my time today to Lava. Please roll your one hour and flight. Please make sure that you place any heavy items on your luggage under the seat in front of you. Please follow your seat with an element of light while you can push it to stay on board. Please make certain that your mobile phones and all other electronic devices with transmission function by either switch to fly on or switch over to TV. And as turbulence can occur, unexpectedly at any time you require to fasten your seatbelt as soon as you have taken your seat, Well, this is so cool! Oh, is this so cool? What is this? What is this? Yes, that's cool! Someone is playing this down here! I mean, I haven't already been out of interest until you have to fix it. I mean, you guys have to get an emergency position. Where do you want? Well, now we're working, so you have to keep it? What's the way? Yeah, exactly. Aber sonst ist es auch nicht die Achse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, Nur eine Hinweise zu Ihren Seelen, Ladies and Gentlemen, we would like to ride you in our safety procedure. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Sitzwürde schließen und wieder öffnen können. Your seatbelt can be fastened, and unfassened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der lasten Ganzen sich herunter, um den Sauerstoffmask zu starten. Drücken Sie dann auf Montonase und streiten Sie das Elastische damit über Ihren Kumpen. In the unlikely ventre from this cabin pressure, Oxygemask will optimally heaten from the panel of you. Pull the mask down fully to start the floor for Oxygemask and also the mask, as you can avoid the plastic strain over your head. Im Bereich Ihres Sitzes finden Sie eine Informationskarte mit diesen Sicherheitsanweisen. Bitte bringen Sie sich besonders die Lage der Mondausgänge ein. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet und Leuchtstattung und Sägen gebetet. And your seat you'll find an information card explaining the safety instruction. Please take particular note of the location of the emergency exit, switch around with the word Exit. Eliminated strips on the floor will guide you to this exit. Und zur Vorbereitung auf den Start, stellen Sie jetzt noch bitte die Rückenlehnen senkrecht und ploppen Sie die Tische in Vorsicht zurück, wir enden. And for ticket please put your seat to the upper position and phone, drag your table, thank you. An here in the back few minutes bendなんか sitting down with house, waiting she's to increase the deed of these rooms. Under the floor is mir an 알 sightseeing that didn't land last night. So many places also hold on their appearance and have one on the streets. I would'll pet you to a know the describe tonight as you two Antioches to the site in Uhm-poppen your Durk If you see in the back part, we can add an email here to来 to the left. Wir sind bei den Gerakten, ja? Entschuldigung, Sie sind eingeschneidigt, man darf es sehen, danke. Köln Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drei Das ist ein Schuss, ein Schuss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020